Hallo und herzlich willkommen zu die Sterne für die Woche vom 14.11. bis 20.11.2022. Mein Name ist Robby Altwein. Schön, dass du da bist. In der neuen Woche wandert die Sonne durch das Zeichen Skorpion und bildet wundervolle Aspekte. Zu Jupiter und Neptun, aber auch zu Uranus und Pluto. Eine sehr starke Energie wird jetzt freigesetzt. Wir können sagen, in der Woche wird die Energie von einer großen Drachenkonstellation geprägt. Sonne, Mond, Jupiter, Neptun Aspekte in den Wasserzeichen stehen für eine starke Spiritualität. Aber auch es geht um Fantasie, dass wir uns öffnen für unser inneres Kind. Dass wir uns öffnen für unsere Träume und Wünsche. Und dass wir diesen auch Raum in uns geben. Dass wir unser inneres Kind achten. Also, tu das, was du gern tun möchtest. Öffne dich für deine Fantasie. Vielleicht hast du Lust zu malen oder dich auf irgendeine Art und Weise kreativ zu beschäftigen. Dann tu das auf jeden Fall. Denn je mehr wir der Kreativität in unserem Leben wieder Raum geben, desto mehr erwacht unsere wahre schöpferische Kraft. Wir sind die Schöpfer unseres Lebens. Und die Kreativität zu leben, wird unsere schöpferische Kraft stärken. Deswegen solltest du in der neuen Woche dir unbedingt Zeit nehmen für Meditation, für Fantasie reisen. Aber auch, dass du Dinge tust, die du gern machen möchtest. Gerade wenn es um kreative Möglichkeiten geht. Zeichnen, Malen sind wunderbare Möglichkeiten, um mit dem inneren Kind in Kontakt zu kommen. Um das innere Kind auszudrücken. Auch weil das Unterbewusstsein dadurch eine wunderbare Möglichkeit hat, sich auszudrücken. In der neuen Zeit wird das Zeichnen und Malen einen ähnlichen Stellenwert bekommen, wie Mathematik zum Beispiel oder die Naturwissenschaften. Wer viel zeichnet, dem geht es einfach besser. Weil über das Zeichnen Emotionen verarbeitet werden. Und wer nicht malt und zeichnet, meist verdrängt er, neigt er dazu, die Emotionen zu verdrängen. Also Malen und Zeichnen, überhaupt die Kunst an sich, ist eine wunderbare Möglichkeit, um Emotionen zu verarbeiten. Beziehungsweise auch, um unbewusste Themen zu lösen. Wenn Menschen so Probleme haben und dann vielleicht Hilfe aufsuchen bei anderen Beratern oder Psychologen. Da kann einfach, wenn man öfters malt, sehr viel sich lösen, sodass ein Gang zu einem Experten gar nicht mehr notwendig wird, weil durch dieses Zeichnen und Malen so vieles sich löst und in Bewegung kommt und ausgedrückt werden kann. Weil was wir verstehen dürfen, ist, dass wir schöpferische Wesen sind. Dass wir kreative Wesen sind. Und wenn wir das berücksichtigen und auch tun, uns ausdrücken, durchzeichnen, durchmalen oder durch andere Künste, wird vieles gelöst, was ansonsten ungelöst ist und in uns irgendwo beeinflusst, auf eine Art und Weise, wie wir es nicht so wollen, dass man vielleicht sich nicht so gut fühlt oder das Gefühl hat, eben Hilfe zu brauchen. Das kann sehr vieles durch Malen und Zeichnen gelöst werden. Und ich kann dir nur raten, in dieser Woche dich intensiver damit zu beschäftigen, denn wir haben Wasserenergien. Der Mond im Krebs am Anfang der Woche bildet mit der Sonne, im Venus und Merkur einerseits, aber auch mit Jupiter, Neptun andererseits eine wundervolle Dreieckskonstellation, die durch den Pluto zu einer Drachenkonstellation wird. Und Plutomond geht um Transformation der Emotionen, Transformation des Unterbewusstseins. Neptun, Jupiter steht für Heilung, für Erfolg, für eine positive Ausrichtung, für eine positive Belebung unserer Innenwelt. Merkur, Venus und Sonne im Trigon zum Mond steht, dass wir unsere Emotionen ausdrücken können, dass wir sie verarbeiten können, dass wir darüber sprechen können, dass wir sie künstlerisch verarbeiten können. Also eine riesige, transformative Kraft ist jetzt vorhanden. Deswegen nimm den Stift und zeichne etwas. Nimm den Pinsel und lege los. Es geht weniger darum, dass du ein geniales Kunstwerk kreierst, weil auch solche Bewertungen, dass man etwas zeichnet, ach ich kann doch gar nicht zeichnen, führen dazu, dass wir das Malen und Zeichnen nicht wirklich integrieren. Aber in der neuen Zeit werden die Menschen mehr zeichnen und malen, weil sie entdecken werden, dass diese künstlerische Komponente des Menschen eine ganz, ganz wichtige Facette ist, weil er darüber nämlich Inneres verarbeiten kann. Und wenn du malst und zeichnest, dann nicht bewerten und sagen, Mensch, das ist mir jetzt gelungen oder nicht gelungen. Darum geht es beim Zeichnen nicht, sondern einfach sich ausdrücken, einfach es tun, weil dadurch so viel in den Fluss kommt. Und wenn du es öfters tust, wirst du allein durch die Übung, wenn du immer wieder übst, automatisch immer mehr auf eine Art und Weise zeichnen, dass du sagst, Mensch, mir gelingt das immer besser. Also das ist eine Facette. Das innere Kind, dass wir uns dem annehmen, dass wir uns dafür öffnen, dass wir es durch Malen, Zeichnen oder andere Formen der künstlerischen Betätigungen es ausdrücken. Eine andere Facette ist Skorpion-Energie. Es geht um Transformation. Da kann uns natürlich die innere Kinderarbeit oder das Zeichnen malen sehr gut helfen. Es geht aber auch darum, dass du dich verbindest mit Gott. Sonne, Merkur, Venus im Zeichenskorpion. Wir öffnen uns für die Transformation. Wir öffnen uns für die Veränderung unseres Bewusstseins. Im Skorpion geht es darum, dass wir uns für das Göttliche öffnen. Solange es nicht geschieht, dreht der Mensch sich immer wieder im Kreis, immer wieder im Kreis. Skorpion-Menschen beschreiben oder Menschen beschreiben gern die Skorpion-Energie, dass sie sehr krisenbehaftet ist. Aber die Krise kann nur passieren, im Zeichenskorpion, wenn die Transformation nicht gelebt wird. Weil das Thema vom Skorpion ist nicht Krise. Das Thema vom Skorpion ist Transformation. Und geschieht die, sind keine Krisen notwendig. Weigert der Mensch aber, sich für die Transformation zu öffnen, dann geschehen Krisen. Krisen sind einfach Aufforderungen, sich für die Transformation zu öffnen. Geschieht dies, verschwindet wiederum die Krise. Geschieht keine Hinwendung zur Transformation, dann kann die Krise gewaltig sein. Weil im Skorpion geht es darum, dass wir von der Raube zum Schmetterling werden. Es geht um einen Bewusstseinswandel. Es geht um eine Neugeburt. Und wenn wir uns diesem Thema nicht stellen, dann wird es schwierig. Und was ich gern machen möchte, ist einfach ins Bewusstsein zu rücken, dass die Skorpion-Energie eine fantastische Energie ist, die wundervolle Auswirkungen haben kann. Wenn wir uns für die Transformation öffnen, ist es sicher eines der kraftvollsten Energien, die sehr schnell positive Ergebnisse bringen können. Und darum geht es. Einerseits, dass wir uns verbinden mit Gott. Und gerade diese Konstellation Sonne, Merkur, Venus einerseits und Neptun, Jupiter im Trigon in den Zeichen Fische stehend. Andererseits, es geht um die Hinwendung zu Gott, zu unserem wahren Selbst, zu unserem göttlichen Selbst. Je mehr wir in Einklang sind mit Gott, desto mehr geschieht die Transformation. Aus einer höheren Sicht kann man sagen, dass es im Skorpion darum geht, dass wir uns öffnen für Gott. Und in dem Moment geschieht die Transformation. Dass wir Gott annehmen. Und dass wir uns bemühen, Einheit mit Gott zu erlangen. Das heißt, dass wir uns bemühen, um Erkenntnis der geistigen Gesetze. Dass wir uns darum bemühen, die Gebote der Liebe als Wegweiser anzunehmen, wie wir unser Leben ausrichten und gestalten. Denn die Gebote der Liebe haben nicht nur eine ethische Dimension, dass wir einfach dann ein besseres Miteinander mit unseren Mitmenschen haben. Die Gebote der Liebe haben auch eine spirituelle Dimension. Je mehr wir unser Herz öffnen, je mehr wir Nächstenliebe leben, je mehr wir alle Feinde lieben. Also im Grunde haben wir keine Feinde. Das ist ja die zentrale Botschaft von Jesus. Es gibt keine Feinde. Betrachte alle Menschen als deine Brüder und Schwestern. Liebe deine Feinde, denn Liebe heilt die Beziehung zu allen Menschen. Liebe heilt die Beziehung zu denen, die wir als Feind betrachten oder denen wir gegenüber feindselige Gedanken haben oder negative Gedanken haben. Und je mehr wir uns für diese Liebe öffnen, geschieht eine Geburt, eine Neugeburt, eine Geburt unseres wahren Selbst, sodass wir immer mehr im Frieden und in der Fülle erwachen. Unser Bewusstsein wird sich verwandeln. Liebe und Frieden sind der Weg zu unserem wahren Selbst. Und wir haben Sonne, Merkur, Venus. Es geht darum, dass wir unser Herz öffnen, dass wir unsere Gedanken auf Gott ausrichten, dass wir unser ganzes Sein im Einklang bringen mit Gott. Jetzt fragst du, wie mache ich das? Das kannst du machen, indem du zum Beispiel ins Gebet gehst. Das kannst du aber auch machen, indem du dich für die geistigen Gesetze öffnest. Oft bekomme ich gefragt, wo finde ich denn die geistigen Gesetze? Die geistigen Gesetze findest du im Grunde alle in der Bibel. Die Bibel ist ein Buch, wo die geistigen Gesetze drin enthalten sind. Das ist im Grunde das Ursprungswerk. Alle anderen Bücher, die die geistigen Gesetze behandeln, lehnen sich sehr oft an der Bibel an, direkt oder indirekt. Viele erwähnen die Bibel gar nicht. Aber die wichtigsten geistigen Gesetze, wie zum Beispiel, was du siehst, das wirst du ernten. Das ist so ein geistiges Gesetz. Alles, was du erlebst in deinem Leben, hast du selber verursacht. Es gibt keine Opfer. Alles, was du erfährst in deiner Realität, hast du einst selbst ausgesät, in dieser oder in anderen Inkarnationen. Nur weil wir den Zusammenhang nicht erkennen können, denken manche Menschen, es ist Zufall, was habe ich für ein Pech. Aber wenn jemand sagt, es ist Zufall, dass ich gerade so ein Unglück erlebe, sagt er in Wirklichkeit, ich kann den Zusammenhang zu meinen vorhergehenden Taten, Handlungen, Gedanken nicht erkennen. Ich kann ihn nicht erkennen. Deswegen denke ich, es gibt keinen Zusammenhang. Deswegen sage ich, es ist Zufall. Aber in Wahrheit ist, dass es keinen Zufall gibt. Denn es gibt kein Chaosprinzip. Gott ist Ordnung. Und je mehr wir uns mit Gott verbinden, desto mehr erkennen wir die Ordnung. Andersrum gesagt, je mehr wir uns aber um Ordnung bemühen, desto mehr verbinden wir uns mit Gott. Ich empfehle dir, dich zu öffnen für die geistigen Gesetze, für die göttlichen Gebote. Das wird dein Leben tiefgreifend verwandeln. Wenn du da tiefer eintauchen willst, kann ich dir meinen Telegram-Channel empfehlen, weil ich dort täglich über die geistigen Gesetze immer wieder spreche. Unterhalb des Videos findest du den Link zu meinem Telegram-Channel. Die Cosmic Energies, die ich täglich halte, sprechen einerseits die Chancen an, die wir täglich haben. Ich gehe auf die Sternenkonstellation ein. Aber andererseits spreche ich immer wieder über den Aufstieg ins erhöhte Bewusstsein, über das Erwachen, über die geistigen Gesetze. Unterhalb des Videos findest du den Link zu diesen kostenlosen Cosmic Energies. In dieser Woche geht es um eine Neugeburt. In dieser Woche geht es um himmlische Transformation. Wir haben Sonne, Venus, Merkur im Sextil zu Pluto. Und das Ganze auch noch Steinbock der Pluto und die Sonne im Skorpion. Also dieses Prinzip der Transformation ist hier ganz stark gegeben. Wichtig ist, richte dich immer wieder positiv aus. Setz dir ganz bewusst Ziele. Das ist etwas, was viele Menschen nicht machen. Und dadurch drehen sie sich oft im Kreis, weil sie nicht erkennen, dass wir Schöpfer sind. Dass wir kreierende und erschaffende Wesen sind. Und wenn wir keine klaren Absichten haben, drehen wir uns oft im Kreis und haben das Gefühl, es ist stagniert oder irgendwie fühle ich mich unerfüllt oder irgendwie erlebe ich immer wieder Blockaden. Es gilt einfach darum, dass wir unsere schöpferische Kraft, die wir haben, einfach konstruktiv und bewusst und gezielt gebrauchen und nutzen. Weil die göttliche Kraft, die wirkt immer in unserem Leben. Aber in den meisten Fällen eben unbewusst. Und dadurch manifestieren wir oft unbewusst Dinge, die wir gar nicht wollen. Weil wir erstens nicht wissen, dass wir Götter und Göttinnen sind, also schöpferische Wesen, die ihre eigene Realität ständig und immer kreieren. Und andererseits haben wir auch keinen Einblick, wie kreieren wir diese Dinge. Und das ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Deine Gedanken haben eine unglaubliche schöpferische Kraft. Deswegen ist es sinnvoll, jeglichen negativen Gedanken aus deinem Geist zu verbannen. Und wenn da mal einer auftaucht, dann sei nicht traurig, sondern erkenne, dass da ein negativer Gedanke in dir aufsteigt und lass ihn gleich wieder los, indem du ihn zum Beispiel durch einen positiven Gedanken ersetzt. Das ist wichtig, dass du die Negativität nicht zulässt. Weil, dass du mal einen negativen Gedanken hast, das kann passieren hier auf Erden, denn wir schwingen noch in einer Übergangsenergie. Die meisten Menschen sind noch 3D. Das Kollektiv schwingt noch in der 3D-Energie. Und wir sind verbunden mit allem, was ist. Das bedeutet, dass viele Gedanken einfach auf uns übergehen. Das sind gar nicht, wenn du negative Gedanken hast, oft sind das gar nicht deine eigenen Gedanken. Bloß du hältst die für deine eigenen Gedanken, weil die ja in deiner inneren Stimme erscheinen. Du denkst, ja, jetzt negativer Gedanke, aber in Wirklichkeit ist das wie so eine Fremdenergie, die da auftaucht in deinem System. Und ja, du hältst die für einen eigenen Gedanken. Das ist wichtig, dass wir immer mehr verstehen, wie die geistigen Gesetze sind, was das Menschsein wirklich ist. Und auch das gehört zum Skorpion dazu, dass wir erkennen, was ist Leben überhaupt? Was ist das Leben? Die meisten Menschen denken, ja, das Leben, ich lebe nun mal und ich muss das Leben irgendwie meistern. Ich muss ja irgendwie überkämpfen. Ich muss ja irgendwie überleben. Ich muss ja kämpfen um mein Leben. Ich brauche Geld und muss ja irgendwie alles gemanagt kriegen und jetzt wird alles schwieriger. Aber zu erkennen, dass das Leben ein Geschenk ist, dass das Leben ein Wunder ist, das wird dir helfen, die richtige Lebenshaltung zu gewinnen. Krisen, wenn Krisen auftauchen in unserem Leben, in unserem Leben sind gerade sehr viele Krisen, das heißt einfach, es geht jetzt darum, sich für eine Neuausrichtung zu öffnen. Krisen tauchen dann auf, wenn etwas Altes zu Ende geht und wenn ganz bewusst für etwas Neues sich geöffnet wird, dann kann sehr schnell die Krise überwunden werden. Und damit meine ich jetzt nicht eine neue Wohnung oder einen neuen Job oder so, sondern ein neues Bewusstsein, eine neue Lebenseinstellung. Die Krisen nehmen zu, weil es um den Aufstieg der Erde geht. Seit den 80er Jahren befindet die Erde sich im Aufstieg. Seit 2012 ist die gesamte Menschheit aufgefordert, diesen Aufstieg jetzt zu realisieren. Und die Transformation kann auf zwei Wegen geschehen. Entweder wir öffnen uns freiwillig, was einige Lichtarbeiter machen, und spirituelle Menschen. Und die haben in der letzten Zeit eine tiefgreifende Verwandlung erlebt und erleben gerade viel Freude, viel Fülle, viel Magie. Die schwingen schon in diesem neuen Bewusstsein. Und wenn aber Menschen immer wieder in den Widerstand gehen, dass sie eben sich nicht öffnen für den Transformationsprozess, sondern sagen, ja, wir verändern uns schon, aber wir machen das in zehn Jahren, in 20 Jahren. Das ist ja das, was wir in der Politik erleben. Wir sind aufgefordert, neue Konzepte bezüglich der Umwelt umzusetzen. Nein, machen wir jetzt nicht. Das ist alles zu teuer. Wir machen das in zehn Jahren, in 20 Jahren. Dann schauen wir uns diese Geschichten an. Wir schieben es immer wieder auf. Wir geschieben es immer wieder auf. Also wir gehen nicht in die Transformation hinein, sondern wir gehen in den Widerstand. Und dann tauchen Krisen auf, die sagen, hey, schau dir das jetzt an. Weil das ist die Aufforderung der Zeit. Wer nicht nachkommt, der wird massive Schwierigkeiten bekommen. Wer sich öffnet aber dafür, der bekommt Chancen, der bekommt Geschenke, der bekommt den Segen. Chancen haben einen großen, oder Krisen, das hat er gesagt, Chancen, habe ich gesagt, aber Krisen sind in Wahrheit Chancen. Und Krisen haben in Wahrheit ein enormes positives Potenzial in sich drin. Nur aus Sicht des Verstandes, der immer am Alten festhalten will und immer einfach weitermachen will, so wie bisher war, für den ist die Krise etwas, wo er sagt, oh Gott, warum, warum. Aber in Wirklichkeit will uns die Krise einfach auf eine höhere Ebene bringen, wo viel mehr Leichtigkeit, viel mehr Freude ist. Das ist wie so ein Geburtsprozess. Die Raupe, die zum Schmetterling wird, die Raupe, die sterben muss, aber der Schmetterling wird geboren. Und das ist wichtig, wenn Krisen auftauchen, wissen, dass es enorme Chancen gibt. Denn es können nur dort Krisen auftauchen, wo es so echte Chancen gibt. Weil es geht ja um die Veränderung. Es geht ja um den Neuanfang. Es geht ja um das Erwachen im erhöhten Bewusstsein. Diese Chance ist enorm. Die ist riesig. Und damit wir Menschen, die nicht übersehen, wie oft im Leben übersehen wir ja die großen Chancen, gibt es die Krisen. Die Krise zwingt uns quasi, stärker die Augen zu öffnen. Und durch die Krise werden viel mehr Menschen die großen Chancen wahrnehmen. Im Grunde sind Krisen Freunde. Nur im alten Bewusstsein betrachten wir alles, was eigentlich ein Freund der Seele ist, als Feind. Weil wir wollen im Alten bleiben. Wir wollen im Unbewussten bleiben. Im 3D sind immer die Wahrheiten auf den Kopf gestellt. Die werden einfach rumgedreht. Das ist das, was wir wissen dürfen, dass 3D eine Ebene der Illusion ist, der Täuschung, wo sehr viele Unwahrheiten als Wahrheit anerkannt werden. Und sich für die Wahrheit zu öffnen. Darum geht es im Skorpion. Übrigens, was uns helfen kann, diese Zeit zu meistern, ist Meditation. Ist die Verbindung zu unserem wahren Selbst. Ist die Verbindung zu den Engeln. Gerade hier, Erzengel Michael. Ich habe eine kostenfreie Meditation von Erzengel Michael. Unterhalb des Videos findest du den Link zu dieser Meditation. Verbinde dich mit den Engeln, mit Erzengel Michael und erlebe die befreiende Kraft von Erzengel Michael. Erzengel Michael hilft den Lichtarbeitern, dass sie jetzt in ihre wahre Kraft und Power hineinkommen. Dass sie eben vom Alten loslassen können. Ich habe auch noch eine zweite Meditation. Eine Verbindung zu deinem wahren Selbst mit der goldenen Energie. Unterhalb des Videos findest du sie auf robbyaltwein.com findest du diese Meditation. Auch diese ist kostenfrei. Und wenn du mit diesen Meditationen mal arbeitest, wirklich mal einige Wochen, wirst du sehen, dass tiefgreifende Veränderungen anstehen. Denn wir leben in einer großen Zeit der immensen Chancen. Nur wenn die meisten Menschen immer auf Krise und auf Schwierigkeiten und alles wird jetzt schlechter eingestellt sind, sehen sie die Chancen nicht. Und je weniger die Chancen sehen, desto weniger wird davon gesprochen. Ich bin hier, um dich daran zu erinnern, dass es nicht die Wahrheit ist, dass wir in einer Riesenkrise stecken, sondern dass die Wahrheit ist, dass es um den Aufstieg der Erde geht. Um eine tiefgreifende Veränderung. Um eine Transformation. Und das heißt einfach, wir lassen vom Alten los. Wir öffnen uns für das Neue. Wir öffnen uns für Frieden statt für den Krieg. Und wir bemühen uns um echten Frieden, statt irgendwie dagegen zu kämpfen. Was da draußen jetzt passiert und wir müssen uns verteidigen und wir müssen irgendwie den anderen zwingen, dass er mit Krieg aufhört. Nein, wir bemühen uns um Frieden und das geht ganz anders. Der Weg des Friedens ist ein anderer als wie der Weg, der da draußen gegangen wird. Frieden heißt, ich vergebe dem Anderen. Ich vergebe den Anderen. Ich bemühe mich um Frieden und Liebe. Ich kommuniziere die geistigen Gesetze, damit der Andere versteht, wie man Frieden wahrhaftig herstellt. Das ist der Weg des Friedens, in dem wir aufklärend wirken und nicht aufrüstend. Wir stärken unseren Geist und wirken aufklärend und kommunizieren über die geistigen Gesetze. Das ist der wahre Weg des Friedens. Wir praktizieren Vergebung. Das ist der wahre Weg des Friedens. Und so sind alle Gebiete, alle Themen des menschlichen Lebens sollen jetzt erneuert werden. Dass einfach die Wirtschaft umweltbewusster wird, mehr im Einklang mit der Natur geschieht, und dass jegliches Leben geachtet wird. Dass wir darauf achten, dass alle Menschen eine Grundversorgung haben, auch in anderen Kontinenten, nicht nur bei uns hier, sondern dass Hunger endgültig jetzt aufgelöst wird. Und das werden wir übrigens erreichen, wenn wir einen neuen Umgang mit den Tieren finden. Einen neuen Umgang mit den Tieren. Dass wir Tiere beschützen, statt sie zu benutzen, für unsere Zwecke. Dass wir Tiere als Geschwister ansehen, liebe alle Tiere wie dich selbst. Ehre und achte die göttlichen Schöpfungen, weil sie sind genauso göttlich wie du. Sie haben nur einen anderen Körper. Und wenn wir uns öffnen für die Tiere, im Sinne, dass es unsere Geschwister sind, werden wir auch eine ganz neue Beziehung zu den Tieren führen. Die Telekommunikation, die Telepathie, also Telekommunikation ist gut, die Telepathie wird dann erwachen zu den Tieren. Wir werden sie wortlos wieder verstehen, wie es früher war. Dieses Nicht-Verstehen-Können der Tiere ist ja nur dadurch gekommen, weil wir eben die Tiere missbrauchen für unsere Zwecke. Und das wird sich verändern auf der neuen Erde. Wird kein Tier mehr für unsere Zwecke herhalten müssen, sondern es wird ein friedliches Miteinander geben, wo Tiere geehrt und geachtet werden. Und das wird das Hungerproblem beseitigen. Denn im Grunde, wie wir mit den Tieren umgehen, das spiegelt sich dann auch in unserem eigenen persönlichen Leben wieder. Weil wir das Leben nicht ehren und achten, spiegelt sich dieses dann auch in unserem Leben wieder, dass wir immer wieder Schwierigkeiten, Probleme etc. haben. Es ist auch mittlerweile erwiesen von den Wissenschaftlern, dass wenn wir loslassen vom tierischen Genuss, dass das Hungerproblem endgültig beseitigt werden kann. Ich will jetzt nicht so tief eingehen. Du wirst jede Menge Quellen da draußen finden, die davon berichten. Aber mir geht es hier einfach darum, den Weg aufzuzeigen, den Weg des Friedens. Der fängt nämlich bei uns selbst an, vor unserer eigenen Haustür. Dass wir erstens in unserem Frieden die Familie herstellen, in unseren Begegnungen, in unseren Beziehungen, in uns selbst auch diesen herstellen. Aber auch, indem wir einen liebevollen Umgang mit jeglichen Leben auf Erden haben. dass wir die Natur achten, dass wir die Tiere achten. Und manche begründen ihren Fleischgenuss. Ja, aber die Tiere, die Pflanzen sind ja auch, die sind ja auch Lebewesen. Das stimmt, die sind auch Lebewesen. Aber Gott hat uns die Pflanzen gegeben. Er hat uns die gegeben, damit wir uns von diesen ernähren. Sie haben ein anderes Bewusstsein als Tiere. Tiere sind den Menschen ganz nah. Im Grunde sind wir auf einer ähnlichen Stufe, auf der gleichen Stufe. Und wenn wir unser Herz öffnen, werden wir sehen, dass Tiere mit uns Geschwister sind. Und wenn wir die Tiere anfangen zu ehren, dass wir dieses als Lebewesen heilig betrachten und schützen und uns von Pflanzen ernähren, wird sich das auch mit der Zeit verändern. Irgendwann werden wir von Lichtnahrung zu Lichtnahrung übergehen. Wir brauchen im Grunde nichts Physisches, wenn wir im Herzen angelangt sind. Aber solange wir von Tieren uns noch ernähren, wird unser Herz nicht wirklich sich entfalten können, so wie wir es uns wünschen. Also erst ehren und achten wir die Tiere und treten in eine liebevolle Beziehung mit ihnen. Und dann wird auch der Umgang mit den Pflanzen noch mal ein anderer werden. Aber wir können das nicht überspringen, dass wir sagen, ich esse jetzt weiter und weil die Pflanzen sind ja genauso wertvoll und dann wird es aber nie gelingen, dass wir uns zu diesen Lichtnahrungswesen hin entwickeln werden. Weil im ersten Schritt geht es darum, kein Blut zu vergießen mehr. Keine Tiere zu benutzen. Das kann man übrigens auch in der Bibel lesen. Im Moses findest du das, dass quasi die Pflanze uns gegeben worden ist, damit wir uns ernähren. so wachsen Pflanzen ja immer nach. Schau dir die Äpfel an. Du erntest die Äpfel und sie wachsen immer wieder nach. Der Apfelbaum bleibt einfach bestehen. Ich möchte nicht zu tief hier in dieses Thema einsteigen, aber es wird ein wichtiges Thema sein. In den 20er Jahren wird extrem viel hier passieren. Immer mehr Menschen werden erwachen und werden erkennen, was Tiere sind. Sie sind nicht gegeben, dass sie irgendwie Diener für uns sein sollen, sondern das sind unsere Brüder und Schwestern. Und je mehr wir das erkennen, wird sich vieles in unserem Leben verändern. Denn immer mehr Frieden und Liebe werden in unserem Herzen einziehen und es wird unser Leben drastisch zum Positiven verändern. Fürs Erste sind wir angelangt. Ich danke dir für dein Vertrauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. Du kannst auch gerne darüber schreiben, wie du darüber denkst, was die richtige Ernährungsweise ist, wie du das siehst. Ich freue mich immer von dir zu lesen. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. und wie gesagt, unterhalb des Videos findest du den Link zu meiner Erzengel Michael-Meditation, die du jetzt kostenfrei downloaden kannst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche und eins noch, wie immer, folge deinem Herzen. Alles Liebe, mach's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.